Ich will auch gar nicht so eine Scheiße machen, aber ich meinte, ne, was ich mir angeguckt hatte mit meiner Freundin und ihr Cousin, wir haben im Internet ganz viele verschiedene Witchboards gesehen, ne, das sind Geisterbreder doch, ne, seine Karte, ne, und wer war scheiße jetzt da drauf, ne, aber das hab ich ja schon abgehakt, aber es gab da voll die geile Teil, die sie dann voll, ne, aber man soll das ja gar nicht machen, das ist ja eigentlich verboten, ne, dass man das eigentlich nicht macht, man soll das ja nicht machen, aber soll ich dir was sagen, früher hatte ich schon drauf, Mach das doch in der Moschee, hast du doch gesagt, What's in Bradley? Wir kamen doch, wir kamen doch von der Geschichte, dass ich schon früher als Kind so viel an Gott geglaubt hat und so, ne, und dann hatte ich früher immer einen Traum geschrieben, jahrelang einen bestimmten Traum, weißt du was? Ich hab immer gedacht, ne, das ist meine Oma, ich hab die nicht von Gesicht gesehen und so, ne,